Wir haben gesehen, aber die spielen schon. Wir haben leider schon gespielt, als... ...sollen wir die Kamera rüberschiffen und dann könnte ich so kommentieren. Ja, aber das Ding ist, Kevin will halt auch nie on stream sein. Ja, das verstehe ich. Aber ich kann es von hier kommentieren, Leute. Ja, ich bleibe auch da. So ist ja nicht... Oh, wir haben Tough Sea gegen... Wir haben Tough Sea gegen... Wir haben Tough Target schon wieder im 8-Dito. Ja, was soll ich sagen? In diesem Match-Up, man versucht einen Grab zu kriegen. Man spielt ein paar von seinen Mix-Ups. Und ekelhafterweise, wenn man das Match-Up spielt, hat der Gegner genau so eine Range wie man selber. Furchtbar. Ich habe so hart gestruggelt in meinem Leben mit diesem Match-Up. Ist wirklich schlimm, ne? Ich habe ehrlich gesagt noch nie im 8-Dito verloren, vor allem nicht heute. Naja, das glaube ich dir. Wollt ihr vielleicht umstellen, wer das Spiel? Ja, das habe ich noch nicht gemacht, ne? Scheiße, sorry. Oh ja, hier Alt-Tab. Ich dachte, ich hätte das gemacht. So smart. Hier, go, hold. Da ist schon alles richtig. Du musst nur save. Save habe ich auch. Siehst du mal, genauso habe ich mich beschwert... Die Karatee bestimmt noch nicht unbedingt. ...habe ich mich beschwert über den, der es auch nicht gemacht hat vorhin im letzten Set und mach's auch selber einfach nochmal. Mach's selber, ne? Ja, peinlich einfach. Oh mein Gott, geklaut. Wir müssen übrigens gegeneinander spielen. Das ist mir klar. Ja, das hast du gedacht, ne? Hab ich mir gedacht, ne? Hast du gedacht, dass ich so einen bin? Ah, du bist ja so einer, hä? Sollen wir danach auf dem Stream spielen? Auf jeden Fall. Wir kommentieren das. Ryan, we're gonna commentate these guys. Hey. Whatever this other guy in the state is. Good. You just gave yourself some chili. Yeah, man. You just gave yourself some chili. This is now a tournament. This is now a venue. This is a venue. This is now a venue. Okay. We're... We're gonna... We're gonna... We're gonna... We're gonna... How can Tuftsy this... Is Tuftsy's a move? Pongosho? Actually, Tuftsy's a move. It's irre. Duftsy's a move. It's a move. It's a move. Tuftsy is a move in the tier above... ... of target. Wirklich? Okay, okay. 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 But... I think, not so... Not so much longer. It just depends on it. It just depends on it. It's a bit on the experience. And the time of the game. And I think, in the matchup, Tuftsy just made things really well. Okay. So here he just looked at me just to crouch, for instance. It's super good. It's just a thing that you can do. It's just super good. You're just the FN-Bank. Nee, nee, nee. Nee, aber wenn man das gerade gegen... Also wenn man das gerade gegen dich gemacht hat, in die gleichen Wirtschaft, dann machst du es halt direkt. Lass machen das jetzt inzwischen. Das ist richtig geil. Du machst einfach Crouch-Cancel und dann Dash-Out. Und dann kriegst du Rock so... Siehst du richtig ziemlich ein. Wir haben noch keinen Sprung. Wir haben noch keinen Sprung. Oh, da war ein F-Smash zwischendrin. Aber 69, oh nein. 68 hat gekacht nach. Oh, oh, oh. Ist das Losers? Ja, ne? Mit dem Bezeps. Tafsi hat absolut ein klinges Punch-Shift. Oh mein Gott. Jetzt müssen Sie Losers sein. Okay, okay. Magical Stock. Das gibt Bonuspunkte, wenn die Stockzahl da ist, aber keine Prozente zu sehen. Ja, da gibt es Bonuspunkte. Im Turnierbau. Ja, gut die Bonuspunkte gesammelt. Wir tragen das ein. Wir tragen mal ein. Warte mal, spielt ihr mal auf dem Stream, oder? Nee, wir scheißen drauf. Wirklich? Kann man auch. Gibt es hier mit der Säbeln oder was? Unglaublich. Ich habe so eine Geste gesehen von jemandem, der sich so die Kehle durchschneidet. Das ist das Level, auf dem wir hier sind. So viel Vertrauen gibt es da. Sowieso alles Collusion. Und das ganze Turnier steht vorher schon fest. Es ist eigentlich klar, wer gewinnt. Und wer Zweiter wird. Und sowieso. Und dann kann man noch so ein bisschen so Platz 7 bis Platz 13, kann man noch irgendwie ausspielen. Das ist auch nicht so spannend, ne? Ich habe hier die Theorie, die Theorie, dass wir, ähm, von Above Target hier dramatisch increaseen sehen. Weil, ja, in Wirklichkeit, sein Combo-Game richtig reutelt es auf der Map. Ja, Taufsi spielt richtig gut. Aber hier, ich habe die, wie gesagt, das... Oh, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen unconfident. Oh, nein. 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 Das ist das. Ja. Das ist das für style. Let's go. Nice dash dance. Cool ding. Oh, er ist stuck in Shield so much. Alright. Taufsi is really good at the matchup. Das ist eigentlich annoying. Ja. Uh. Das ist dead, anyway. No jump. Wow. Das ist ziemlich decisive, honestly. Oh, das ist das. Das war's. Nice slide of tech. Again. But that time he knew. Yup. Shield drops. That's a nice drop. Drop fair. Yes. But this is over. Heh. It's over. Alright. Maybe with, you know, some concentration, there can be a comeback. It doesn't look like it, to be honest. Oh. He went for the suicide again. Ah, get the stage. Yes. Oh, he knew. Ah. One more chance. One more chance. Yeah, yeah. Ugh. That doesn't look good. One last chance. Done. Yeah, no, no, no. We're here. We're here. We're living. Okay. Ah, there's the crotch cancer again. Oh, no! You saved! Too much style. Comeback. Now we can... This is where the comeback starts. Just right here. Oh! Randall... No! Randall messed him up. Randall's like, nah. Are you out already? I'm out already. Super out. I lost the fastest two matches in the entire tournament. Me too, I got destroyed. Yeah, by who? Uh, by... I got destroyed. I got destroyed.